Ich bin der Günther Nahr und wir gehen heute Pistenraten fahren. Ich fahre jetzt schon 27 Jahre und die Schwierigkeit ist halt, die Maschine zu beherrschen. Es braucht halt ein bisschen Zeit und dann ist das eigentlich alles nicht mehr schwierig. Das hinter mir ist ein Käsebauer 600er, eine Windmaschine. Ja, die Technik ist sehr weit gefahren. Also wenn man denkt, weil man vor 27 Jahren gefahren ist und heute gefahren ist, dann hat es noch eine Windmaschine gegeben, nichts. Das Schild war noch eine Sterne, das war halt ein ganz anderes Fahnen als heute. Wir haben heute die Piste 14a gemacht. Es ist zwar ein bisschen Wind gegangen, aber es ist schon gegangen. survivamen fels sind 18 19 20 20 20 21 20 21 21 Untertitelung des ZDF, 2020